moin moin und herzlich willkommen zurück zu gothic 3 ja wir sind hier wieder bei rebellen wir sind hier wieder am starkgebiet zurück weil ja einfach ich will die nächste rüstung irgendwie freischalten ich will wolfs fälle sammeln für genau oder wieder jetzt heißt und hier waren ja noch wölfe irgendwo in der nähe in der nähe von kaputt und gucken dass wir auch die scheuen hirsche endlich mal finden die erlegt gehören nicht dass das irgendwie dass die weg sind und wie die einfach nie wiederfinden so aber zumindest die wölfe dahinten will ich jetzt mal erledigt bekommen wir haben auch unsere unseren skill was die rüstung angeht schon verbessert also wir halten jetzt damit mehr aus würde ich sagen wenn ich hier auf inventar gucken was ist denn da jetzt mit torsoschutz hat mich für schutz haben wir jetzt insgesamt schutz vor klingen 80 schutz vor wir brauchen noch sehr viele punkte was nächste stufe angeht fast 20.000 da kommen wir nicht über quästen weg und in stärken müssen wir auch doch eigentlich ein bisschen was investieren so da sind die wölfe sind schon ein bisschen viele speicher einmal hier bevor ich drauf los ihr so den einloggen waren ich will jetzt nicht alle auf einmal haben sie auf jeden fall sieben okay das waren auf jeden fall ein paar mehr also ein bisschen mehr schaden so was haben wir hier über blatt noch ein krummstöckel morgen tauchen und goblin wäre muss man gleich gucken wie die goblin werden wir schon mittlerweile haben dann glaube ich auch noch für eben was wichtig noch mal speichern da kommen sie ja wieder 246 sind noch übrig also du bist der nächste so die greifen einen nicht mehr an so hier haben wir schon gelootet geplündert ich speichere noch mal vielleicht können wir es doch mit mehreren auf einmal aufnehmen von denen mittlerweile okay haben wir haben wir geschafft so lag hier nicht noch einer da so und harnischkraut haben wir wieder ich mache trotzdem ein bisschen abstand zu denen wenn die gleich wieder kommen noch mal speichern dann sind da jetzt nur noch zwei dürfen da seine dann haben wir die jetzt auch endlich erledigt so da vorne sehe ich noch was noch eine heilwurzel ok gehen wir noch mal kurz zurück nach ade gucken uns mal den schmied genauer an was er ob er uns was beibringen kann ok wir haben zwar jetzt gerade keine lernpunkte oder nicht genug lernpunkte wir haben gar keine gerade stimmt und alles verbrauch ok die sind uns wieder grün also die sind uns wieder gut gesonnen so schmied der kann nur verkauft zeigt mir deine ware mal was er hat so dass hier auch wieder ein bastards schwert hatte vielleicht die besseren bogen als den den wir haben so aber die dinger kann ich ihm andrehen und die dinger so und wir warten doch die können wir verkaufen so goldausgleich 210 was brauchen wir noch mal für den dingens für den meister schwert zweimal katanas das heißt wir müssen für die für das meister schwert nach war an händler hat er vielleicht zeigt mir deine ware er hat keine katanas aber der bolzen ich brauche aber eigentlich erst ich brauche eigentlich eher pfeile so was konnten wir beim inner spray noch mal machen was was können wir uns so wissen über alte magie das hohe wissen der alten magie gewähre mir die herrschaft über das feuer ja ok lebenskraft magische kraft und ausdauer ok der kann uns da nur erweitern so sind hier die scheuen hier schon oder normale hier schon wieder da normaler hier toll vielleicht muss ich einfach die armbrust wieder benutzen für die jagd für die jagd ja ok wieder eine blutfliege aber ich sehe hier keine scheuen hier schon wo sollen die sein eigentlich da würde ich wirklich sehr gerne wissen obwohl was meisterschwert angeht können wir auch wirklich noch mal kurz zurück nach warant gehen apropos ich will noch mal ganz kurz gucken brauchen wir für das meisterschwert gewissen skill also noch dazu wenn wir den ausrüsten wollen so an bord noch mal so jagdgeschick brauchen wir dafür okay ein punkt stück war antischer schmielkonsum mit scharfen schliff und und was meister der zwei klingen ah ok hat er vielleicht rezepte zeigt mir deine ware für bessere backen rubin klinge ich glaube ich will das gar nicht ich würde mir die rubin klinge mal ansehen wollen so ich gebe ihm dann halt das geld dafür was macht die rubin klinge so rubin klinge benötigte stärke 150 voraussetzung schwertmeister klingenschaden 75 einmal licht die rubin klinge hier die rubin klinge ist nicht besonders naja erstrebenswert sage ich jetzt mal so wir gehen mal pennen dann haben wir wieder volles leben so wenn wir uns hier noch mal gucken hier ist nur also aber ja nur noch diese was mit freundlichen für chris die wir nicht finden hier war dann haben wir eigentlich noch kopfgeld jagd brager kopfgeld er sagen dann hier kroner jagd ein schmutziges geschäft kopfgeld bernerei kopfgeld jagd hurid kopfgeld jasper luca muss verschwinden zehn kaktus blüten schlag der wüstenböwe sie was flauschige träume stimmt da fehlt ja was hier der wollte von weißen wölfen fälle fünf stück ja dann hier das geschäft mit basier haben der kampf um den titel da fehlt noch was das sind nicht nur irgendwelche kämpfe und ein der der eine war der 2 ja stimmt da konnten wir irgendwie die zwei zusammen da nicht bekämpfen zugang ist da ich da war man gar nicht kann das sein die stadt waren wir absolut noch gar nicht so und ich frage mich auch wie sieht es jetzt mit christ da hinten aus ich frage mich wirklich wo sollen die scheuen hirsche sein die er haben will wer wo das finde ich zumindest schön dass hier die dinger respawn dass wir immer wieder an fleisch kommen eigentlich im grunde mir juckt die nase gerade tut mir leid und um die nase herum alles so chris zeig mir deine ware was können wir ihm andrehen warte mal der hat hier normale pfeile weißt du was ich verkaufe ihm die dinger so ach ich habe hier drei ich habe hier 300 pfeile ich dachte ich hatte keine pfeile mehr die können weg wolfsfelder behalten wir haben schon elf stück wildschwein feld die hauer so goldausgleich das schläge die können auch noch weg nein nicht ich will nicht mit ihnen reden ich will das lagerfeuer benutzen ja dann haben wir wieder bisschen fleisch haben wieder 19 insgesamt sind wir jetzt bei 53 perfekt das können wir auch speichern was war das denn für eine höhle weiß ich nicht mehr da sind hasen und blutfliegen ich hätte mal hinten gucken sollen wo ich hinlaube da sind sie da waren sie die ganze zeit bei den verschissenen orks einer ist komischerweise dahin gelaufen fällt her da haben wir einen hasen noch ein hasen wo ist der eine hier schon da ich glaube gegen die blutfliegen kämpfe ich mal lieber erstmal so ich hoffe der eine ist feuerhirsch ist jetzt nicht runter gefallen dahinten war der komm schon da haben wir den zweiten so die blutfliegen dann auch weg wir haben sie endlich gefunden die waren mir ein also die waren einfach nur zu nah hier an denen so noch eine heilwurzel und stellt sich jetzt mir nur die frage wie hätten wir die sonst sonst entdecken können oder so noch eine heilwurzel hier nur mit häschen so ich beide erledigt ja auch noch wo ist häschen da gleich nehmen wir mit so wo sind die anderen von den schweinhirschen so ich will jetzt nicht zu nah an denen ich will jetzt nicht zu nah an denen ich speichern mal ah jetzt sind wir auf der seite so wo sind die anderen scheuen hirsch jetzt hin da unten ich glaube das ist jetzt nicht zu nah und das muss jetzt der letzte sein ja er hat geschickt plus 1 perfekt 140 und erfahrt so die wachs aber endlich haben wir das jetzt nur die frage sind wir in der lage den hier kaputt zu hauen ähm da 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 so wachs sind auch im grunde nur wölfe ok so jetzt eben was voran dann gehen wir jetzt zu christian haben wir adria endlich komplett abgeschlossen hier hinten waren die auch die ganze zeit so da hinten rum also hier ja komm weiter ja nicht unterrutschen ich will nur zu chris endlich haben wir das abgeschlossen wirklich und ich habe mich schon gefragt wo sollen die sein die scheuen hirsche ich habe vergessen wofür wir das eigentlich mit dem gemacht hatten chris die scheuen hirsche sind erlegt die scheuen hirsche sind erlegt gut gemacht wie sieht es aus mit dem fleisch äh hier hast du fünf keulen rohsfleisch hier hast du fünf keulen rohsfleisch sehr gut ich danke dir wie war das noch du wolltest etwas von mir lernen äh bring mir was über die jagd bei bring mir was über die jagd bei so mit bogen verbessern groß mit ihm lernen hier ort jäger ok gut zu wissen also ihn nicht töten so jetzt will ich aber das lagerfeuer bitte wieder benutzen und lieben retten das restliche fleisch so 61 sind wir wieder nice wir haben im gebiet adea abgeschlossen es sei denn es gibt noch irgendwie später noch entscheidende die sagen hier adea für die orks rückobern oder sowas irgendwie keine ahnung weiß ich nicht aber chris auf jeden fall am leben lassen damit wir Orkjäger lernen können so also den hier Orkjäger bei wem können wir das hier lernen das ist nur die frage da sehe ich einen Morgentor das wir vergessen haben naja Kapiun will ich nicht ich gehe mal zurück in die alten Gebiete so gleich müsste wieder hier ein Wildschwein kommen müsste hier nicht ein Wildschwein kommen kommt hier kein Wildschwein okay boah aber ich bin echt froh dass wir das mit einem scheuen Hirschen entierledigt haben so wie sieht es mit dem aus hier Amon bring mir was über die Jagd bei ach ok dann kann ich auch bei ihm lernen ok ok das hängt glaube ich mit was anderem zusammen so 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 da ist noch ein Hase ich finde schön dass es trotzdem noch zehn erfahrungspunkte gibt so die noch eine Schlange hat hatten wir davon auch irgendwie was bekommen ne da haben wir ein Wildschwein aber ich finde schön dass wir wieder hier unterwegs sind dass wir nochmal hier unser Vorrat an Fleisch aufschlocken können da 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 jetzt nervt nicht da 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 jetzt ernsthaft ich wollte uns sagen alter hielt er uns fast weil wir den einfach nicht treffen da das wird so aber ich glaube die Armbrust brauchen wir nicht würde die dann vielleicht auch mal verkaufen hier bei Dominic zeig mir deine Ware aber okay der hat fast alles von uns aufgekauft der hat aber auch wieder 19.000 so die Zähne können wir ihn abgeben Weißfeld behalten wir das kann weg das kann weg das die beiden das kann komplett weg die Fälle das hier haben wir hier was neues genau komm weg damit die dann auch nochmal und haben wir wir haben noch Pfeile okay immerhin so alter Alchemisten Ring Adanos Ring eins der Adanos Artefakte hier ach so das sind diese Steine äh Dings der Portstein nach Gotha wir nehmen zweimal nach Gotha ich glaube die werden noch gebraucht wie irgendwas so hier jetzt erstmal nach dem permanenten Dingern vielleicht gucken hier Jagdgeschick plus 1 eine Goblinbeere so hier Mana hier maximal Mana nochmal plus 2 hier maximale Ausdauer nochmal plus 2 so und gehen wir mal weiter hier dürfte ja niemand mehr sein die sind ja alle tot echt die Nase richtig richtig nervig gerade so den haben wir auch erledigt wer fehlt uns eigentlich hier für Malekno wegen der Loyalität es gab hier ja jemanden der uns gefehlt hatte sind die uns wieder gut gesonnen ne die sind die sind die sind uns nicht mehr so gut gesonnen und es kommt noch schlimmer so Bradley mit ihm was mit Ford zeig mir deine Ware wenn ich mir die Diedriche mal gönne warte mal zeig mir deine Ware die sind ihre die sind war jetzt den den das das hat das habe ich Komm, Dietrich. Wir brauchen Dietrich auf jeden Fall. Ein bisschen mehr. Können wir uns mal ein bisschen was gönnen? Einige Probleme erledigen sich von selbst. So, Sanford. Verkaufst du auch deine Ware? Klar, du musst nur danach fragen. Okay, zeig mir deine Ware. Was hat er denn so? Holzen, Holzfäller-Äxte. Komm, die gönnen wir uns. Am besten, du hältst dich da raus. Wir brauchen Dietrich auf jeden Fall, wenn wir alles knacken wollen. So, Marek. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Nee, da gibt's nix Neues. Hier hast du Gold. Handelst du jetzt auch mit mir? Hier hast du Gold. Handelst du jetzt mit mir? Sag mir, was du willst. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, okay. Der hatte hier einen Zweihänder, Rubin-Klinge, Langschwert, Bastard-Schwert. Ich glaubte, das waren alles Fehler, die ich jetzt gemacht habe. Was hast du hier hinter? Nix. Oh, hier ist ein Wasserfass. So, was mit ihm? Augenhitte, Söldner. Du solltest meinen Rad annehmen. So, Trano. So, Calvin. Irgendwie bei ihm muss ich an den Calvin aus Suns of the Forest denken. Aus Suns of the Forest müsste er ja auch schon mittlerweile fertig sein. Müsste ich auch mal endlich anfangen zu let's playen. Aber es sind ja momentan einfach viel zu viele. Let's Plays. Trades, Trades, Sklave. Äh, Subota. Der Händes, Sklave. Ich kann da nur Taschendiebstahl machen, ne? Viel Gold. Wer sind denn noch hier, äh? Wenn sie an Montere. Äh. Am besten du erledigst das. Du misstraust deinen eigenen Leuten, wundert dich das? Wieso, würden... Verstehe, ich soll als Spitze für dich arbeiten. Hör bloß auf mit der Scheiße. So, ähm. Am besten du erledigst das selbst. Also, ich sehe jetzt... ...noch nicht. Keine Ahnung, spielt mit ihnen, arbeitet für sie, freundlich mit ihnen an. Wie du das anstellst, ist dir egal. Schon klar. So. Sanford haben wir. Mason haben wir. Sanford und Mason. Wer fehlt denn eigentlich noch? Das ist ein Ork-Serschnass. Trotzdem gefällt mir das ganz und gar nicht. Ich werde einfach abwarten. Dennis? Mit dem kann ich auch nicht noch mal reden. Gehen wir mal da runter, zu denen. Waren wir eigentlich schon an dem Steinkreis hier? Ich kann mich nicht erinnern. Gab's da vielleicht noch was? Abgesichts von der Flange. Die zehn Erfahrungspunkte nehmen wir mit. Auch wenn die nichts mehr bringt. So. Elba. Äh. Einer der Sklaven hat Kontakt zu den Rebellen. Nee, das will ich... ...nicht machen. Wenn er so weitermacht, wird er es lieber. Egal. Dann... Ich speichere ich hier einmal. Vor allem hier hinten gab es ja auch noch jemanden, den wir befreien müssten. So, Reihpflanze nehmen wir mit. Den wir von den Untoten befreien. Der hatte noch, glaube ich, einen Feuerkelch. So, dann nehmen wir trotzdem mal alles mit. Wo sind die Snapper hin? Die hier waren. Echt jetzt, das mit der Nase regt mich echt auf gerade. Tut mir auch echt leid, dass ihr mich die ganze Zeit seht, wie ich an der Nase kratze. Aber irgendwas stimmt da gerade nicht. Okay, hier gibt es keine Snapper mehr. Komischerweise. So, wo war jetzt nochmal die Höhle? Vom Typen mit den Untoten. So, die Bisons lassen wir mal. Hier, da war sie. Hier hinten war die Höhle. Und hier, da war die Höhle noch gar nicht. Das ist eine große, große Fläche freien Landes. War die Höhle nicht hier? Hier nicht. Aber die war doch hier irgendwo. Hier unten. Ich würde es jetzt mal riskieren wollen. Gucken, ob wir schon mittlerweile was hinkriegen mit den Untoten. Ich speichere vielleicht einmal hier. Das hatten wir ja gelootet. Noch eine Fleischwanze, die nehmen wir mit. Noch eine. Keine Ahnung, wo die Fleischwanzen auf einmal herkamen. Ich meine, die hatten wir mal erledigt. So, hier haben wir Belia's rein. Belia. So, der kann genau das gleiche machen. Wie Enos. So, gibt es hier noch eine? Ja, hier. Okay, ich speichere noch einmal. Und dann reden wir mit Rackus. Die Rebellen in Okara könnten deine Hilfe brauchen. Die Rebellen in Okara könnten deine Hilfe brauchen. Die Königstreuen brauchen mich, sagst du? Okay, äh. Leere mich dein Wissen. Leere mich dein Wissen. Was kann ich? Im Moment nicht. Das siehst du doch. Okay, dann lauf, alter Mann. Inos, stell uns bei. Da sind sie schon. Die Pister lernen es nicht. Ich. Den ersten haben wir. Nein. So. Ich hoffe, er überlebt den Scheiß. Okay, jetzt werde ich das wahrscheinlich nicht überleben. Ne, das habe ich nicht überlebt. Kommt, noch einmal. Aber okay, die NPCs haben auf jeden Fall deutlich mehr Leben als sonst. Das, also, im Golf X2, die wären schnell draufgegangen. Hier halten die schon auf jeden Fall mehr aus. Das heißt, wir könnten das eigentlich hinkriegen, ähm. Das er den, äh. Die Rebellen. So, machen wir. So, und jetzt speichern. Und lauf, alter Mann. Inos, stell uns bei. Das sind sie schon. Soll er erstmal alle auf sich locken? Ach, ganz wie du willst. Wer hat einen Fokus auf mich? Von denen jetzt gerade. Wie viel Leben hat er? Ja, komm. Ja, jetzt lass mich vorbei, alter Mann. Ich will mich doch verarschen hier. Aber im Grunde schafft er es auch alleine gegen die. Es sind nur zu viele, die gleichzeitig auf mich losgehen. Von denen. So. Lauf, alter Mann. In. So, wo ist die Musikchen? So. Komm, ich hoffe, das schaffen wir. Den ersten haben wir. Ah, okay. Ich kriege auch Erfahrung dafür, dass er die erledigt. Da. 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 So, komm. Ja. Da. Da. Ja. Haben wir alle. Perfekt. So, nehmen wir auch mit. Hat die rostigen Schwerter. Dann sind alle erledigt, glaube ich. So, gibt es keine mehr. So hoffe ich doch. Wir haben aber auch Erfahrungspunkte bekommen, dafür, dass er die erledigt hat. Fand ich wieder gut. So alles eingesammelt, speichern. Denn er lebt. Und die sind alle, alle anderen sind tot. Und er kommt jetzt raus. Ich glaube draußen sind, kommen jetzt keine mehr. Und er hat nicht mal viel Leben verloren. Rackos, du bist frei. Geschafft. Ich bin draußen. Du musst auch noch den Rest dieser Brot vernichten. Wenn du es nicht tust, werden sie mich überall hin verfolgen. Hörst du? Äh, tötet die von Rackos beschworenen Unbroten. Was? Sind da noch mehr drin oder wie? Oder kommen... Kommen hier gleich noch welche? Oder sind da wirklich drin noch welche? Ah, hier ist noch einer. Tatsächlich. So. Altes Wissen 91. Ruf Nokara plus 4. Okay, sagen wir Rackos Bescheid. Alle erledigt. Es war nur noch ein Zombie übrig, der sich da unten versteckt hatte. So. Rackos. Die Unbroten werden niemanden mehr... Äh, niemanden mehr an etwas hindern. Deine Untoten werden niemanden mehr an etwas hindern. Inno sei Dank. Wir haben es geschafft. Ich schwöre, mir wird nie wieder so ein schwerwiegender Fehler unterlaufen. Ich danke dir, Fremder. Nimm dies als Dank von mir. So, 1000 Gold und 500 Erfahrung. Okay. Äh, Okara ist nicht weit von mir. Äh, bringe deine Feuerkelch nach Nordmar ins Kloster. Ich bringe deine Feuerkelch nach Nordmar ins Kloster. Ja. Ihr nimm den Kelch. Ich bin zu schwach, um in den eisigen Norden zu gehen. Ich hoffe, du bist stark genug dazu. Äh, hoffe ich auch. Übrigens, Okara ist nicht weit von hier. Obwohl... Äh, verweilten... Bring mir etwas über alte Magie bei. So. Wir können Rob mich besser schützen. Ich will besser werden im Umgang mit dem Stab. Äh, zeige mir, wie ich Magie-Stebe benutzen kann. Bring mir was über Alchemie bei. Feuerpfeile herstellen. Ich will permanent Tränke. Nee. Sagen wir Okara. Okara ist nicht weit von hier. Ich hörte davon. Ich denke, du brauchst mich nicht zu führen. Du hast schon genug für mich getan. Ich werde Okara schon finden. Nochmals Dank für deine Hilfe. Inos sei mit dir. Jo, gerne. Zeig mir deine Ware. Was hat er so? Im Angebot. Ähm, Ausdauertrank, Heiltrank aus Waldbeeren, Sonnenkraut. Aus Heilpflanzen. Nehme ich mal mit. Dann können wir aus allem möglichen Scheiß hier Heiltränke machen. So, dafür darf er die rostigen Schwerter haben. Und die Knüppel. Haben wir hier noch 5 Schilder, die darf er auch haben. So, was haben wir hier noch, was wir nicht brauchen? Den hier. Obwohl, warte mal. Das speichern wir. Nochmal. Und gucken mal, wo geht es hier nach Okara? Wenn Okara nicht weit von hier ist. Das ist etwas, was ich jetzt nicht alleine schaffen werde. Gehe ich mal von aus. Noch, noch einer da hinten. Drei. Das sind drei. So, äh, Rakul. Schon wieder eins von den Viechern. Nein. Nein. Keine gute Idee, dann, äh, wie schafft man das gegen, äh, Schattenläufer hier findet ihr anzukommen? Das sind drei Stück auf jeden Fall. Die Biester lernen es nicht. Die Biester lernen es nicht. Jetzt kommt er mit Eis? So, da. Das war's für dich, Mistfee. Ja. Okay, und nochmal futtern. Gegen den, das schafft er es erstmal alleine, aber den erledigen wir auch noch. Schon wieder eins von den Viechern. Ja, cool. Was sind das da? Bisons. War cool, alles okay. 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 So, erst, erst mal ein bisschen, ein bisschen motivieren. So, wie viel Leben hat er? Der soll ein bisschen in Vorleistung gehen. So, da können wir speichern. Rakuul, sag ich die ganze Zeit. Rakuus heißt er. Aber die Bisons lässt er in Ruhe. Alter, wie viele Bisons sind denn hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Bisons. Und Doros. Das sind meine Doros. Der, der will gegen die Ripper kämpfen? Sein Ernst? Das sind... Ähm... Das sind... ... 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 rachos rachos nicht ok so auf jeden fall wieder ein bisschen fleisch ich hoffe der läuft jetzt nicht den nächsten da entgegen ich würde aber noch irgendwas naschen oder sind wir wieder so klar und da vorne weil ich ja noch einmal ärzt bis jetzt überlebt was nun was kämpft da oben jetzt das hat die nach rippern an ok den ersten hat er allein erledigt das war's für dich misst ok das war's wir haben die punkte nicht bekommen aber wir haben dafür ordentlich fleisch speicher noch einmal der wird da gerade schon gleich den nächsten an so für den haben wir wenig die punkte bekommen so noch ein paar kopfen ist auch noch eingesammelt was haben wir hier liegt doch ein schwert oder sagt nur der griff aus rachos sind da lang wieder so nehmen wir auch noch mit und noch einmal kurz speichern wie weit noch bis ok wir sind hier bei selden ok ok da ist jetzt gleich rechts von uns also hier oben irgendwo alter diese ruckla haben wir noch irgendwelche jagen die gas den schattenläufer ok da braucht mehr männer so dann müsste ich hier jetzt gleich ok da ist ok da ach der ist auch rebelle ok so nicht er hier frazer ne er war's nicht und auch nicht einfach wo ist jetzt rachos da ist er der ist und so hierhin vielleicht so rebell 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 noch ein rebell ich bediene mich da mal nicht dran so rachos kann nix neues sagen ok auch nicht mit ihm eisen aber da komme ich bediene ich mal dran so zehn eisen erz zehn eisen erz aber der ist jetzt dort ok aber wo war noch mal der chef Roland, du warst das. So, äh. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Ne, der kann auch nichts Neues beibringen. Zeig mir deine Ware. Was hat er so im Moment? Zeig mir deine Ware. Ähm. Schwere Rebellenrüstung. Vergiss es, das Ding kriegst du erst, wenn du es dir verdient hast. Kann ich immer noch nicht. Aber hier gibt's Pfeile. So, dann kann ich ihm das hier andrehen. Das hier. Das hier. Das einfachste Messer. Das. Fälte Schattenläufer. Habe ich jetzt nicht mehr, was wir nicht brauchen. Das hier kann weg. Brauchen wir ja nicht mehr. Den behalten wir. Das kann weg. So, Goldausgleich. So, und einen Moment. Ich muss das anders machen. Ich muss den so und den so aktivieren. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier aber in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deos und ciao. Ich bin's, süße ich Jennifer was, ich bin's, ich bin's. Also, ich bin's, Ich bin's. Ich bin's. In diesem quanstrum open. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020